Herzlich willkommen zurück zu See Infected. So, wir haben ja schon mal angefangen. Wir sind natürlich bei weitem noch nicht fertig. Wir werden jetzt auch weitermachen mit der Bude, damit wir eine Unterkunft kriegen. Immerhin sind wir jetzt mittlerweile schon an Tag 2. Das heißt, die Zeit der Vampis nennt sich. Wir brauchen Hülz. Hülz und Bretter. Und gleich eine neue Axt, wie es aussieht. Wo eins noch dem anderen. Jetzt erstmal. Jo, Froschi. Du kommst auch noch in die Pfanne. Immer mit der Ruhe. So. Hauen wir erstmal hier rauf, damit wir mal ein paar Bretter kriegen. Damit ich nicht immer Kilometer weit laufen muss. Wir haben den Wagen noch nicht. Nehmen wir erstmal die Bäumchen in der Nähe. Sein muss, muss sein. Oh, da vorne ist die City. Kann natürlich sein, dass wir hier des Öfteren mal Vampi-Besuch kriegen. Wegen der City, ne? Aber das wäre jetzt auch nicht schlimm. Alles. Na ja, EP passt hier nicht so ganz. Hier gibt's keine EP. Aber jeder Vampi kann auch Loot fallen lassen. Aber pro Loot, wir brauchen eine Truhe. Wir wühlen uns hier fest. Ich glaub, da sollte ich mich gleich mal drum kümmern. So, warte mal. Truhe, Truhe, Truhe. Ich glaub, das ist ein paar platzierbares Lager. Da. Acht Bretter. Die stehen wir erstmal hier neben, würde ich sagen. Können wir ja später reinstehen. Wir bauen ein Innenlager. Da geht's schon los. Wir sind, wir passen, wir kriegen nicht mal mehr Bretter rein. Warum nicht? Ein bisschen nach da. Ein bisschen nach da, meine Freunde. Danke, so müsste es doch passen, oder? Echt nicht? Nee, nee, nee. Ich hoffe, dass die spawnt jetzt nicht. Stock fallen lassen. Ja. Sehr schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, Truhe haben wir. Den nehmen wir mit, mein Freund. Dann machen wir hier erstmal Sachen, die wir jetzt im Moment nicht im Inventar brauchen. Ebenmal da rauf. So. Sehr schön. Wir machen weiter. Wir müssen uns aber gleich eine neue Axt bauen. Dafür brauchen wir natürlich einen Stock, den ich gerade weggepackt hab. Den nehmen wir mit. Und ein Stein. Axt ist ja relativ einfach. Ich habe hier irgendwo einen Stein, oder muss ich jetzt echt einen Stein zerknüppeln? Das spawnt doch alles. Ah, sehr schön. Können wir uns gleich eine neue Axt bauen. Die bauen wir aber erst, wenn die hier weg ist. Hast du uns nicht alles ins Inventar. Sehr schön. Hauen wir jetzt erstmal die Schneiddinger da voll. Bis keine Brenner mehr reinpassen. Dann haben wir davon erstmal genug. Na, Froschi. Warte mal. Sehr schön. Können wir gleich. Warte mal. Hier raufpacken. Nein, du nicht. Du. Sehr schön. Kann er den schon mal nehmen bei Brötzeln? Weil unser Eiweiß ist immer noch relativ niedrig. Da muss ein bisschen mehr Fleisch her. Wir haben zu viel Gemüse gegessen. Zu viel Gemüse ist nicht gut. Man braucht auch Fleisch. Zumindest hier im Spiel. Zack. 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 Ja, ja. Und die guten kleinen. Ich finde die Vampis voll putzig. Viele finden sich nervig. Ich mag sie. Kommen wir den Abtach 5. Sehr schön. Ja, wird aber echt Zeit, dass wir den Wagen kriegen. Axt. Na gut, ein Baum geht vielleicht noch. Den S-Axt-Fuji. Wollt gerade sorgen. Es gibt ja auch noch Höhlen und so Kram, wo man dann noch Erz abfammelt. Das kommt alles noch. So. Ein bisschen war es noch. Sehr schön, sehr schön. Oh Mann. Ich holze hier die ganzen Welter weg. Natürlich auch schön, wenn man Bären oder so erlegt. Gibt schön viel Fleisch. So, dann packen wir das nochmal rauf. Dann gucken wir mal kurz, was unser Fleisch macht. Müsste inzwischen ja mal fertig sein. Ähm, jo. Kannst du auch gleich einverleiben, mein Freund. Ah ja. Reichen tut es immer noch nicht, aber es ist ein Anfang. Ja, aber die großen Bäume kann man auch abfällen. Die geben aber, glaube ich... Ich habe es gar nicht gezählt. Ich glaube, 5. Oder 6 Baumstämme. Da ist die Axt-Fuji. Okay. Machen wir die. Machen wir die. Axt. Sehr schön. Gut, 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 gut. So, hier nochmal rauf, hier nochmal rauf, hier nochmal rauf. Und woher geht's? Wie gesagt, knall die erstmal voll mit Breddern. Dann haben wir erstmal ein bisschen was auf Vorrat. Da kommen wir da eine ganze Weile mit aus. Guck mal, ein Dach brauchen wir auch. Alleine schon wegen den Schmiedenspäder. Weil die gehen auch aus, wenn sie nass werden. Aber wir müssen ja erstmal die Wände ziehen, sonst wird's nix mit Dach. Hier passt schon gar nicht mehr. Hier aber noch. Gut, warte mal, warte mal. Bevor wir jetzt heute abfüllen, mal kurz was gucken, ob hier überhaupt noch was draufpasst. Hier nicht mehr. Der war ja auch voll. Und hier? Da passt noch. Sehr schön. Ich will alle drei erstmal richtig schön voll haben. Dann haben wir erstmal etwas Bredder vorrat. Die, 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 die. Man kann leider auch nur drei Baumstämme tragen. Ich meine, der Mann ist etwas schwacher auf der Brust. Aber wir machen natürlich gemütlich hier, gemütlich. Wir müssen ein bisschen im Winter aufpassen. Normalerweise brauchen wir für Winter Gewächshaus. So schnell werden wir nicht vorankommen. Das kann ich jetzt schon sagen. Lass wir nicht frieren, aber das kriegen wir schon hin. So, der geht auch nicht mehr. Gut. Hauen wir den der Passion nicht mehr hin. Hauen wir den hier hin. So, den brauche ich vorhin mal. Wie viele Bredder? Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr schön. So, damit es nicht zu klein wird, müsste das hier eigentlich auch nochmal und nochmal eine Reihe dahinter. Ähm, dann machen wir jetzt erstmal die Bredder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh. Okay, ich habe gehofft, ich kriege zwölf Stück mit. War nix. So, dann machen wir acht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Sehr schön. Machen wir gleich nochmal ein paar Old Shider. Da ist ja drin. Hier fehlen noch zwei. Hier nochmal sechs. Sehr schön. Bredder haben wir auch alle verbraucht, oder? Ja, ja. Wunderbar. So, haben wir noch Trinkchen in die Flasch? Moment. Ja, ja. Dann ist sie noch nicht ganz leer. Wir holen uns nochmal ein Gürbis rein. Und dann muss ich jetzt einmal kurz gucken. Wir müssen natürlich am Leben bleiben. Vielleicht mal so zwei, drei Frösche. Mann, ich höre hier einen Frosch. Auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Froschi. Wie es aussieht, fängt es auch gleich an zu regnen. Da ist er. So, das wäre der Erste. Wir haben doch bestimmt noch ein paar mehr hier, oder? Dass wir mal ein bisschen mehr machen können. Sonst kriegen wir unsere Proteine, unsere Eiweiß nie hoch. Ähm. Naja, so dunkel wie es wird, fängt es gleich an zu regnen. Weil Nacht kann nicht schon wieder sein. Nö, nö, nö. Ist das ein Frosch? Jo. Da sind wir schon mal zwei. Und wir sollten zusehen, dass wir spätestens am Tag vier mindestens zwei bis drei Schmere dabei haben. Sonst wird es nämlich problematisch. Ähm. Noch einen Frosch will er mir wohl nicht geben. Aber hier zwei tun es auch erst mal. Frosch. Warte. Frosch, Frosch, Frosch. Komm her, komm her, Kürmett. Du kommst auf den Grill. Sehr schön. Ja, deine Miss Piggy finden wir auch noch irgendwann und packen wir auf den Grill. So, dann können wir die Drohren mehr raufpacken. Sehr schön. Dann könnt ihr schon mal brutzeln. Sehr schön. Hier, das Zeug können wir auch mit reinpacken. Dann ist Feuer wieder voll. Dann brutzelt es zumindest weiter. Und da regnet es doch. Oh, der ist gewidert mal wieder. So, dann holen wir uns jetzt noch mal ein paar Brenner. Ein paar Brenner haben wir genug. Ich meine, Holzscheide. Für hier, ne? So, der wäre auch schon mal fertig. Ach, das sehe ich schon. Das hört sich echt an wie die Kuh. Das hört sich echt an wie die Kuh. Das war der Herrsch. So, und hier füllen noch einer. Alles klar. Alles klar. Gib mal die Achse. Sehr schön. Und rin da. So. Machen wir mal kurz. Hier muss ja noch so eine Art Balkon rum. Wir brauchen noch einmal die, genau. Obwohl ich, glaube ich, die Ecke noch mal austauschen werde. Warte mal. Wir setzen erst mal den. Den. Das soll ja so eine kleine Bauhütte werden von Anfang. Yo. So, den machen wir mal weg, mein Freund. Wir gehen einmal hier hin. Nimm dafür diese schönen schrägigen Ecken. Ähm, ein bisschen gedreht, bitte. So. Zack. Hier natürlich, ähm... Dreh doch mal richtig, mein Freund. Er will gerade nicht. Warum nicht? Wegen dem Baumstimmen hier jetzt, oder was? So, Sula. Ich glaube, das liegt an dem Baumstimmen. Warte. Zack. Die soll sowieso erst mal hier rin. Sehr schön. Jetzt noch mal. Hier. Ja, jetzt geht's. Sehr schön. So, dann machen wir die Ecken so ein bisschen abgeschrägt. Das machen wir hier dann auch. Den hier noch mal entfernen. Äh, joh. Da führ dir noch mal so ein schräges Eckchen hin. Dort sind sie. So richtig. Äh, joh. Und... Ja, das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Tut jetzt nicht unbedingt nötig, aber... Geht schon. Wehe ich drum mit. So. Hier in der... Wunderbar. Wie gesagt, das wird das mal gucken. Das hier wären die Wände. Wir verkümmern uns jetzt aber erst mal, bevor wir außen rum machen, um die Wände. Das geht vor. Ähm... Wände, die Wände. Und zwar... Wände. So, hier stellen wir erst mal... Ah, mal gucken. Das soll ja so ein kleiner Balkon vor. Falsch rum. So ist es richtig rum, ne? Ich glaube, ja. Hier wäre denn die Tür. Na gut, wir haben so jetzt keine Fenster, ne? Nein, ich bin gerade am Punkt. Ja, aber überall Fenster rein wollte ich eigentlich auch nicht. Das wird so unsymmetrisch, aber... Die Hütte kommt später sowieso weg, glaube ich. Sie kann ja nicht so bleiben. Die ist viel zu klein. Ne, ich brauche Fenster. Ich brauche Fenster. Das geht so nett. Ich brauche Fenster. Gut, wir nehmen hier. Ähm, hier. Hier. So. Zumindest an den Seiten bei euch Fenster. Ist der richtig rum? Ich glaube, ja. So. Hier können wir mal einen normalen hinmachen. Aber zumindest an den Seitenfenster. Dornfenster. Dornfenster. Und hier vorne lassen wir es mal so. Hier müsst ihr denn selbst beständig die Türe räumen. Die wäre dort. Zack. Und hier müsst ihr natürlich nochmal eine normale Wand räumen. Die da. Zack. Damit wir zumindest... Dafür brauchen wir natürlich jede Menge Holzscheide. Bevor wir dort jetzt aber bauen, gehen wir erst mal Essen. Und dann gucken wir mal erst mal nach dem Wagen. Weil wir können ja nicht ständig hier laufen. So. Der ist fertig. Der ist fertig. Hier liegt nichts dort. Der ist fertig. Heerlich. So. Jetzt kriegen wir uns auch mal wieder ein bisschen hoch da. Wunderbar. So. Dann gucken wir uns um den Wagen. Der Wagen war... Ich glaube, unter Platzierbares und Sonstiges. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Holzscheidewagen. Okay. Den können wir noch nicht bauen. Uns fehlen die Nägel. Dafür brauchen wir die Schmiede. Die Schmiede will ich erst bauen, wenn wir die Hütte fertig haben. Den müssen wir leider... Leider... Noch ein bisschen zu Fuß. Hör mir, Leute. Und das bringt jetzt gar nichts, die Schmieden zu bauen. Wenn sie uns jedes Mal ausgehen, wenn es regnet. So. Bretter haben wir, glaube ich, noch genug. Zumindest vorerst. Hm. So. Naja, wir müssen Stück für Stück machen. Wir können ja auch erstmal die Bäumchen hier nehmen. Das geht nicht anders. Versucht die Laufwege natürlich so kurz wie möglich zu halten. Klappt das nicht immer. Sehr schön. So. Hier hätten wir drin. Hier. Die Wände sind zuglücklich ganz so teuer wie die Fußböden. Axel. Wird auch noch ein Weilchen reichen. Wunderbar. Da hätten wir auch drin. Hier hätten wir drin. Sehr schön. Dann machen wir erstmal die Bretter. Dann haben wir zumindest die Wand schon mal fertig. Eins, zwei, drei, vier ist eine Wand, ne? Fünf, sechs, sieben, acht geht. Neun, zehn, elf, zwölf. Passt sogar. Sehr schön. So, dann hätten wir zumindest die schon mal. Und deswegen am Anfang erstmal eine kleine Hütte. Das rottet unglaublich viele Materialien. Das müssen wir halt Stück für Stück machen, das Großbau. Und das kriegen wir schnell. So. Den hier weiter. Zack, zack, zack. Der nochmal. Damit wir zumindest auf Tag fünf einigermaßen vorbereitet sind. So, den hier nochmal. Blub, blub. Wo kommst du natürlich auch mit, meine Freunde? Und die Bäume wachsen, glaube ich, nach. Zumindest war es bis jetzt immer so. Ich weiß nicht, ob man so brückenmäßig hier, so über das Hügelgelände. Müssen wir gucken. Habe ich nie ausprobiert. Später bauen können. Aber das werden wir sehen, ne? Hier haben wir auch noch Bäumchen. Ich mag das Spiel. Es ist ein gemütliches Spiel. Also jetzt super stressig. Es ist nid. Wie gesagt, mit den Vampis lässt es sich umgehen. Auch die Boss-Mini-Vampis, die neu sind, gehen einigermaßen. Sofern man genug Sperre dabei hat. Sonst wird es problematisch. Man muss bloß halt schnell da sein. Sonst hauen die was kaputt. Das will ja auch keiner. So, warte mal kurz. Feegröße an. Und den. Die hatten wir, ne? Eww. So, dann machen wir gleich zum Schluss überall die Berede rein. Dann haben wir zumindest die Wände stehen. Dann hauen wir ein Dach rauf. Und dann können wir uns auch um die Schmieden kümmern. Also kurz gesagt, wir müssen erstmal sogenannte Basics machen. Die eben Grundausstattung, bevor wir überhaupt richtig loslegen können. Aber das lässt sich alles hinkriegen. Das ist sehr schön. Für unsere guten Freunde uns. Aber das war eine Pflanze. Uns besuchen. Ich dachte gerade. Ah, dieser Kuh echt da vorne, ne? So, Berede. Haben wir wahrscheinlich nicht mehr genug. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir reinkriegen ins Inventar. Das ist so gut wie alles. Wir sind aber auch komplett überladen. Ja, das sieht man. Ja, ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut. Ja, du kriegst auch irgendwann noch einen Pfeil im Arsch. Immer mit der Ruhe. Immer neu überladen. Wunderbar. Jetzt können wir uns zumindest bewegen. Gut, uns fehlen. Haben wir überhaupt noch Brede anstecken? Ne, ne? Acht Brede. Haben wir denn? Ne, die haben wir nicht. Eins, zwei, drei, vier. Gut, uns fehlen vier Brede. Ist nicht so schlimm. Aber so langsam macht sich ja zumindest die kleine Notfallhütte, ne? Ich meine, es ist nicht viel Platz hier drin. Ist mir schon klar, aber kriegen wir alles in Ordnung. Trinken müssen wir gleich auch mal wieder was. Ich dachte gerade, da steht ein Bär. Das war nur ein Baumstamm. So, die drei kurz auf den Tisch. Den haben wir die benötigen letzten vier Brede. Eins, zwei, drei. Das ist sehr schön. Gut, wir trinken einmal kurz in der Zwischenzeit hier Restschluck Wasser, damit wir gleich wieder auffüllen können. Zwei. Drei, vier. So, um Dach und Tür und so kümmern wir uns auch gleich. Selbstverständlich. Ich muss nur einmal kurz. Dann nehmen wir das Regnen eh, glaube ich, wieder. Hier einmal kurz. Zack. Müssen wir nicht so weit laufen. Rinder. Rinder. Bös. Wieso hat der jetzt kein Wasser reingefüllt? Schmutziges Wasser. Rinder. Wieso geht denn das nicht? Sauberes Wasser ist doch null. Will mich das Ding jetzt eher gern. Warte mal. Ähm, wollen wir leeren. Mach mal leer das Ding. Ist da vielleicht noch ein Tropf sauberes Wasser drin? Nicht wirklich, ne? Geht das jetzt vielleicht? Irgendwas ist wie Geron den Buggy? So, die hat jetzt 60 Einheiten schmutziges Wasser. Das Ding ist komplett leer. Aber jetzt müsste es gehen, ne? Ja. Da war wahrscheinlich echt noch ein Tropfen sauberes Wasser drin. Und sobald irgendwie sauberes Wasser drin ist, kann man kein schmutziges Wasser einfüllen. Das ist irgendwie ganz komisch, aber... Ist eben so. Der füllt sich eh wieder auf. Es gibt hier später noch größere Flaschen, wo es einfacher mitgeht. Dann kann er es mich vor sich hin beritzeln. Und wir zeichnen jetzt erstmal das Dach ein. So, Dach, Wendedecke, Dächer. Gut, das sind die Schrägdächer. Ich mache erstmal eine normale Decke rauf. Für den Anfang sollte das hier doch reichen. Brauchen natürlich auch Holzscheude und Bräder, wie gehabt. Dann machen wir eine Tür rein. Da sind wir zumindest erstmal einigermaßen geschützt. Juhu. Fangen wir mal mit den Größeren an. Wir haben zwar noch kein Wagen, aber sobald die Decke fertig ist, kümmern wir uns definitiv drum. Dann kommen nämlich die Schmieden rein. Das Problem ist halt mit den Schmieden. Das macht das Ganze etwas langwierig. Man braucht quasi fünf Eisenbrocken, um einen Eisenbarren zu machen. Man kriegt aus einem Stein einen Eisenbrocken. Man kann zwei Steine in eine Schmiede packen. Also du brauchst eigentlich quasi schon, damit man immer zwei Sachen in eine Schmiede kriegt. Allein schon fünf Schmieden, damit immer zehn Eisenbrocken rauskommen. Und dennoch mal halt eine sechste zum Schmelzen. Ich glaube, die kriegen wir dann platztechnisch gar nicht rein. Aber wir mal gucken. Die ist so ein bisschen beengt, die Bude. So, dann holen wir hier schon mal rein. Ach du, Kuhelch, du. Wie gesagt, ich will die Schmieden. Es gibt ja später auch noch die großen Schmieden, wo mehr Sachen reinpassen. Ich will natürlich eine eigene Schmiederei bauen, ja. Ah, unsere Ausdauer ist auch nicht mehr die beste, sehe ich gerade. Da muss man auch drauf achten, auf Ausdauer. Dann muss man auch schlafen legen, sonst bricht der Gude hier zusammen. Aber das wiegt schon noch, das wiegt schon noch. Ein bisschen drauf achten. Na. So, man muss noch ein bisschen drauf achten, dass man keine Hinschlag kriegt. Apropos Sommer, was haben wir eigentlich? Wir holen gerade mehr jetzt, okay. Haben noch ein bisschen Zeit, wir sind nicht bei 8,1. Gerade. Der Riff, der Riff, der Riff. Damit sich mal wieder ein paar Bräder ansammeln. So langsam werden die Laufhäge echt weit, ne. Aber ein Vorteil hat das, wenn wir hier alles abholen sind. Man sieht Bären und sowas und auch später die Vampis wirklich rechtzeitig ankommen. Hau voll, das Ding. Die Bräder brennen wir so oder so. Finde ich ein bisschen schade, das ist mal nur 3. Aber ich glaube, dann wäre es so einfach, wenn man da gleich 10 Stück mitschleppen könnte. Vor allen Dingen ein bisschen unrealistisch. Ich meine, welcher Mensch schleppt 10 Bummsstämme? Mensch schleppt ja nicht mal 3. So, die hauen wir wieder hier ins Dach. Wieso hängt hier ein Dach raus? Obwohl das keine schlechte Idee ist, ne. War so nicht geplant, aber da könnten wir uns so eine Art Palkon draus machen später. So. Den machen wir mal weiter. Dann nehmen wir den nächsten draußen. Muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Bären und so können vorher schon auftauchen und Wölfe. Da muss man mal ein bisschen im Blick haben. Und wir sollten auch gleich mal was trinken. Halt, halt. Was tust du denn? Hier rauf. So. Nur die letzten zwei, die immer übel sind, weil sonst unsymmetrisch wird an den Tischen. Die kommen ins Dach. Der Rest kommt erstmal auf die Tische. So. Aber die sind eh gleich voll. Aber Bären, da brauchen wir ja nun mal auch, ne. Wo waren wir? Hier. So, die zwei. Weil das nur zwei sind. Die packe ich natürlich noch da drauf. Die Gumm, den hier rennen. Den hätten wir. Dafür noch zwei. Gumm, komm noch für rennen. So, was sagt die Axt? Die Axt sagt, sie macht noch mindestens ein bis zwei Bäume. Ausdauer ist natürlich auf null Punkt. Wir müssen auch nie was trinken. Fumischerweise verbraucht das Bäume, umhauen keine Ausdauer. Aber kommt vielleicht noch. So. Kriegen wir noch was rauf auf die Tische oder nicht? Jupp. Einmal geht, glaube ich, noch. Sehr schön. Ich glaube, mehr passen nicht rauf. Nein. Da passen auch. Okay. Nur der eine war voll. Aber ich glaube, jetzt sind die auch voll, oder? Ah, ich glaube, bei dem einen hatte ich mal zwei Breder liegen gelassen, ne. Irgendwie sowas. Kann das sein? Oh, hier sind sie voll. Alles klar. Dann hole ich hier kurz. Einen haben wir ja noch. Die anderen zwei. Können die alle drei hier gleich in die Decke. Sehr schön. Dann kommen wir ja zum Mindest voran. So. Der hatte. Der hatte. Dann fülle der hier noch. Da gleich alle drei rein. Dann brauchen wir noch ein paar Bäume-Stimmchen. Halt. Erstmal trinken. Erstmal trinken. Moment. Sonst verdursten wir hier gleich wirklich. Mach mal voll. Danke. Und nimm einen grausen Schluck, mein Freund. Sehr schön. Kannst du auch gleich wieder auffüllen? Schuhnbiese. Nimm den nochmal. Ich hoffe, die Achse hält dann auch aus. Bräder haben wir genug. Damit sollten wir die Decke fertig kriegen. Aber die Holzscheide müssen ja noch drin. Sehr schön. Wenn wir die Hütte dann fertig haben mit Tür, dann machen wir ja außenrum das fertig. Aber erst mal machen wir dann die Schmieden. So, der ist. Hier ist ein Nid. So. Ich glaube, so ist es jetzt nicht mehr das Problem. Man kann halt, wenn man mit dem Holz satt, nicht springen. Deswegen die Treppe. So. Hier füllt noch. Und dann füllt eigentlich nur noch der da, ne? Also drei Stück, ne? Ejo. Sehr schön. Und wir haben zwei. Also das heißt, es fehlt genau ein Holzscheide. Guck, freut er auf. So, das machen wir anders. Weil hier vorne wenden wir den Brücken. Ja, ja. Da hier wenden wir. Definitiv später am Balkon heraufbauen. Eins nach dem anderen. Wir hauen jetzt nochmal einen kleinen Baum weg. Den da. Das wird die Achse hoffentlich noch hinkriegen. Unsere Energie geht so langsam, aber sicher. Noch haben wir ein bisschen, aber langsam, aber sicher geht sie zur Neige. Hier. Hier haben wir Rinde. Einer, der fehlt. Genau. Und die anderen zwei kommen erstmal hier rin. So, nehmen Beräder mit. So viele, wie du tragen kannst, mein Freund. Das waren zu viele. Jo, jo, jo. Du schaffst es, du schaffst es. So schwer ist es nicht, mein Freund. Die Beräder müssen hier nochmal rein, ob es dir passt oder nicht. So. Also mehr hast du nicht mitgekriegt? Was hast du schon wieder alles einste? Okay, warte mal. Jut, 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 jut. Da sammelt sich heute ein bisschen was an, ne? So. Ach, passt noch ein bisschen was. So, Rinder. Hier rin. Hier nochmal rin. Und da nochmal rin. Haben wir noch Brenner? Eins. Das kann hier vorne rin. Zack. So, zumindest steht die Hütte nicht schön, aber sie steht. Dann gucken wir jetzt einmal kurz nach der Tür. Hier, am Anfang bleibt uns eh nur die Holztür, weil Glastür, wir haben noch kein Glas. Acht Beräder kriegen wir hin. Sehr schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sehr schön. Wunderbar, die ist drin. Das hier kommt noch. Au. Hau dir mal die Tür am Knast. Hier können wir später noch Fenstern so reinmachen. Eins nach dem anderen. Das ist Bitt. Das Gute ist, man kann hier alles umstellen. Stellen wir einmal. Ein bisschen ordentlich. Hier in die Mitte. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier an mit den Schmieden. Schmieden. Die brauchten, glaube ich, Steine. Bin ich mir gar nicht mehr ganz so sicher. Platzierbares, Wegbänke. Nee, Wegbänke zählen die nicht. Lagers drum, Essen, Möbel. Wollen wir was sonstiges? Ja. 25 Steine. Alles klar, die brauchen eine Menge Steine. Okay. Aber das ist ja nicht so das Problem. Wir können ja mit der Spitzhacke Steine kaputt haben. So, eins. Na, zwei. Drei. Na, vier. Ich versuche es mal einigermaßen gerade hinzustellen. Fünf. Das wäre dann für die Steine, um Eisenbrocken zu machen. Und die sechste wäre dann, um das Eisen selbst einzuschmelzen. Wunderbar. Jetzt brauchen wir erstmal jede, jede Menge Steinchen. Dafür können wir die. Als erstes das Ding hier, das stört mich schon die ganze Zeit. Das steht viel zu dicht am Haus. Was wir jetzt zumindest anfangen. Ersten müssen wir gleich irgendwann wieder. So, und dann können wir uns, naja, auch so langsam mal um den Wagen kümmern. Dann kriegen wir das erste Eisen. Zack, zack. Gut, zumindest eine Schmiede. Die muss schon mal fertig. Hier ist auch noch was gelandet. Das ist nicht gut. Das stört alles beim Bohnen später. Nehmen wir ihn nochmal mit. Gut, was geschafft, ne? Kann man sich nicht beschweren? Sehr schön. Spät ist das eigentlich. Ja gut, ich jagt. Na gut, wegen dem Frosch. Jetzt sind wir, glaube ich, als Jagd. Schmiede sind wir ja bei. Eisenbahne herstellen. Kommt denn auch. Oh, Abend ist auch fast rum. Wir sind komplett überladen. Ja gut, Steine sind eben schwer, ne? Sind ja keine Wattebäuschen, die wir hier gesammelt haben. Haben ihn wir gleich. Wir müssen uns auch um den Wagen später um Licht kümmern, sonst wird es hier sehr, sehr dunkel. Oh, rin. Wunderbar, die erste Schmiede haben wir. Wir machen den ja alle zusammen an. Sehr schön. Wir könnten, es gibt auch eine Steinkiste, dafür brauche ich aber auch erstmal Nägel. Also erstmal müssen die Schmieden fertig. Das müssen wir nach und nach machen. Ich muss jetzt einmal kurz mal auf bei Eisen gucken. Ah gut, wir können uns ein Stück Fleisch noch reindrücken. Sehr schön. Wir können uns das Melönchen noch reindrücken. Dann passt das schon mal. Trinken können wir auch. Dann passt das auch wieder. Ist sogar noch was drin. Sehr schön. Dann sind wir vor heute aber auch am Ende. Dann machen wir morgen die Schmieden fertig. Dann beginnt die Eisenproduktion. Wir brauchen noch einen Amboss. Den brauchen wir aber Eisenbarren. Deswegen müssen erst die Schmieden fertig. Und dann können wir dann Nägel machen. Und dann können wir uns in den Wagen machen. Und dann nutzt sich ich nicht aus und langsam das looten wollen. Auf dem Wagen kann man mehr machen als nur Holz. Da kann man auch Gießern rausstellen, gejagte Tiere rauflegen. Individend beim Mist. Dann können wir auch die Städte absuchen nach den Tech-Bauplänen. Dann kommen wir langsam vor. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Bye, bye.